wollten ja ein bisschen was also vorhanden wie gesagt es ist jetzt hier heute kein podcast das ist nur noch mal ein vorsprechen genau was wir so vorhaben was kommt genau ich kann schon mal vielleicht zwei kleine sneak peeks geben meinerseits also einmal auch wenn es noch etwas weg ist aber im mai das ist noch ein paar monate hin aber so lange noch nicht mehr ist ja das star wars tag und passend zum star wars tag werden wir noch mal eine extra folge aufnehmen und da kriegen wir einen guten freund von mir zu gast und da ich ein riesen star wars bin aber auch ein gigantischer fan werden wir hier zu dritt in der runde mal so ein bisschen quatschen und eine besondere star wars folge aufnehmen einerseits das und in der nächsten folge wo wir uns um die mocks kümmern werde ich ein bisschen halt über meine eigene mocks plaudern da ich mittlerweile auch schon ein paar gebaut habe noch nichts großes aber auch schon ein paar schöne kleine teile dazu auch gerne sich die bilder an auf instagram aber nächste woche wird es auch ein paar bilder dazu geben jedem video genau die würde ich mit 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 einfügen also sehr coole sachen dabei sehr niedlich und eigentlich auch immer thematisiert zur passen jahreszeit ja genau aber wir machen einfach mal so querbeet und stellen mal alles vor was der dante hier so kreatives gebaut hat ja da freue ich mich unten drauf ein paar sachen gezeigt aber noch nicht alles nein genau und dann lassen wir uns überraschen was da so kommt